Wenn du als Mann körperliche Präsenz zeigst und du deinen Raum einnimmst, dann ist das schon mal positiv und ja, eigentlich auch Pflichtaufgabe. Denn Raum ist ja nun mal eine der zwingenden Grundvoraussetzungen für das Leben überhaupt. Und wenn du diesen in Form von Masse und auch Körpersprache in Anspruch nimmst, dann macht dich das per se attraktiver. Genauso ist es eine gute Sache, richtig und unverzichtbar gewaltbereit zu sein. Dieser Begriff ist zwar negativ konnotiert, sagt aber im Prinzip nichts anderes aus, als dass du dich selbst zu verteidigen weißt. Und da in unseren Städten heute sicher kein Kumbaya Flower Power Festival stattfindet, sondern viel zu oft rohes Faustrecht herrscht, ist auch das etwas, was dir nur Vorteile einbringt. Es geht also primär nur um deine Fähigkeit, dich selbst zu verteidigen und Angriffen sowie Krisen gewappnet zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.